ja guten morgen ihr lieben ich habe heute eine pappe grundiert und möchte euch ein bisschen verblenden zeigen mal gucken was wird ich weiß es noch nicht das ist von einem alten kalender die rückwand und da habe ich zweimal weiß aufgetragen und ich werde mir das bild jetzt aufteilen abkleben da nehme ich malerkrepp klebe mir das ab vielleicht solltet ihr das abmessen ich mache das jetzt mal Pi mal Daumen gut andrücken damit die Farbe nicht in die Falten läuft falls welche da sind so und jetzt male ich mir die Ränder in schwarz aus I want to paint these parts in black ich habe hier noch die Reste auf meiner Palette von neulich von dem Bild die halten sich unter Frischhaltefolie ganz toll I put my old colors under foliage and therefore they are still wet ein bisschen ultramarine nehme ich noch I want to have some ultramarine bei dem schwarz nämlich immer ganz gern einen etwas teureren farbton einen pastosen weil das günstige schwarz wird immer oder sehr oft grau die marken die ich ausprobiert habe die werden meist grau so if I want to use black and I want to have dark black I'm using the expensive colors they are better to cover the canvas so das mache ich jetzt zu Ende jetzt ziehe ich mir einfach das malerkrepp ab und habe so einen ganz schönen Rand und dann lasse ich es trocknen now it has to dry weiter geht's ich kühle die schwarzen Felder ab ich benutze diese Pappe ganz gerne wenn ich etwas zeigen möchte und für euch zum üben ist das ganz toll weil ihr dann keine Unkosten habt wenn ihr verspannte Keilrahmen 20 mal bemalt habt habt ihr da vielleicht Strukturen die euch nicht gefallen und wenn euch diese Pappbilder gefallen dann könnt ihr die immer noch Rahmen zuschneiden und Rahmen und ihr müsst sie nicht wegschmeißen dann starte ich mal ja dann gehe ich mal in die Farben nehme ich hier von meiner Palette das Orange und ein bisschen Gelb ich gehe auch mal ins weiß das gibt dann einen schönen abgerissen ich gehe auch mal ins weiß es gibt dann einen schönen abgerissen also... die Farben tusch Adventure die Farben sehr die Farben Post die Farbe Um die Farben so schön zu verblenden, nimmt man am besten einen ganz weichen Synthetikpinsel. To blend the colors you can use, you can use a Synthetik brush. Ganz sanft und mit wenig Druck über die Farbe gehen. Wenn zu viel Farbe auf dem Pinsel ist, dann die Farbe abstreiten und nochmal drüber gehen. Das, was hier entstanden ist, lasse ich erstmal stehen, weil mir das ganz gut gefällt. So, und dann habe ich mich entschieden, türkisfarbene Tüsche zu nehmen. Das ist Ibucolor von Lukas, Turquoise Ink. Das wird ein ganz knalliges. Wahrscheinlich vermisse ich den Sommer auch so, draußen ist das Wetter so schlecht. Ich habe jetzt meine Tageslichtlampe angemacht. Das Wetter ist sehr schlecht hier und deshalb benutze ich diese Farbe, um das Sommer zu bekommen. Das Türkis mischt sich mit dem Gelb zu einem Grün. Hier merkt man schon, dass es hier zu trocken wird, da gehe ich dann nochmal mit Wasser drüber. Wenn es zu trocken ist, dann muss ich etwas Wasser benutzen. Das ist gut. 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 patrikulieren. und so werdet ihr dann mit der zeit verschiedene schichten auch haben und das macht das Bild interessant ich habe einen scale hier zum weit das sieht doch schon nach Sommer aus Jetzt gehe ich mit dem Pinsel ins Weiß und ziehe mir hier auch ein paar weiße Striche rein, dies und das wo es mir nicht gefällt gehe ich dann noch mal mit dem Orange rein, ein bisschen Gelb in die andere Richtung. So, jetzt ziehe ich mir das mal ab ganz vorsichtig damit ich die Farbe nicht mit abziehe Ja, und was ich möchte ist, dass das nicht ganz so in einer Ebene ist, sondern dass ich vielleicht das Orange mit Gelb noch ein bisschen hier rüber ziehe Dann mache ich mal einiges an Farbe rein Hier auch Weiß und Gelb, White and Yellow Und ich benutze die Fiege und jetzt nehme ich den Colorshafer und dann ziehe ich mir mal ein paar Linien durchsperrt und dann ziehe ich mir mal Was ich jetzt noch möchte ist mehr weiß, I need some more white. Was ich jetzt noch möchte? Und ein bisschen schwarz, und ein bisschen black, um etwas grey hier und da. Was ich jetzt noch möchte? 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 Was ich noch möchte?